weil es nur gut und zu 86 hallo die jetzt und schon dass er eingeschaltet hat zu part 54 zu einem weiteren neuerer Abenteuer von es ist griecht Black Flag Schönen für die Schöne die erste Flotte ist da da waren wir ja so viel habe ich noch klar aber jetzt gehe ich zurück hier gibt es auf alle Fälle nichts mehr zu tun zurück zum Schiff und rein hier so ja genau cool beim hinweise spieler spielen sie mit freunden und beenden sie so die mission schneller mhm 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 mal gucken ob das ja mhm 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 das Weitfloppen sind er tätig Komm schon Perfekt, da haben wir ihn Ja, komm, da haben wir Let's go Und... Der Futsche Super Perfekt Ich hoffe, dass meine Flotte gut überliegt Wieder mal So Also, meine Schiffe sind so Angeschlagen, egal Hey, es kommt zu glauben, dass meine Schiffe hier alle angeschlagen sind, ey So Dann nehme ich... Das dazu Weil die anderen sind nämlich so angeschlagen noch So 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 Muss man so rummachen, sorry, geht nicht anders, sorry Der Ja Ja Ach, Mann Aber dafür haben wir jetzt genug Kohle Eieieieiei Eieieieiei So Schauen wir jetzt nicht so viel ab So Jetzt ist der Blatt da oben Warten wir denn auch, ne Schon noch geht auch erstmal Ach, komm Jawoll Cool So So Let's go Das ist 100% Und Und Los Komm schon Auf die Brick Jawoll Oh So ein kleines Stück hat es noch übrig Shit Komm schon Perfekt Weck mich der Drecksbrick So Damit ich das jetzt wieder sicher Perferto Dann So 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 Okay Das geht kurz noch so So Okay So Die Frickate Hauen wir erstmal so kurz weg So Ist nicht viel passiert So 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 oh man oh man oh komm schon komm schon komm schon der nächste Schuss wir setzen jetzt what the fuck alter schieß es yes damit ist dieses Dreckskriegsschiff auch weg erledigt perfekto mundo so mhm so das repariere ich erstmal hier und kann man abbrechen weil es nicht scheiße alles so drüber geht so 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 das so da hat man hier nochmal die Seeschlacht schlagen hier so 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 komm schon komm schon jawohl und jawohl jawohl so 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 das das reparier ich jetzt auch mal das nächste werde ich auch nochmal reparieren schnell ich werde ich werde meine ganze komplette flotte jetzt reparieren weil das kennste bringt nix bringt nix dicker oh man so okay boah so oh ne das will ich nicht aufs... das will ich nicht nur schicken so ich hoffe das überlebt das ist ein sichere Ding deswegen hoffe ich ja Dann schick ich den hier hin. So. Von dem dorthin. Dann schick ich jetzt das... Schick ich das nächste Schiff. Nein, das schick ich auf alle Fälle nicht weg. Das könnte ich riskieren mit dem Schiff hier. Was ist denn dorthin? Ich riskiere es jetzt erstmal, weil ich will sie nicht verlieren, die Schiffe. Das ist das Problem. Ich finde, die sind nicht, das ist klar. Aber das darf ich bei dem... Bei dem Schiff riskiere ich es nicht. Bei dem riskiere ich es noch. Mittelmeer. Was haben wir da was Neues? In dem Mittelmeer haben wir nichts. Hm. Okay, jetzt nutzt. Muss ich ja wohl so machen. Nee. Nee. Das sind zwei Schone. So. Dann muss ich ja so riskieren. Tut mir leid, geht ja nicht anders. Aber dass da echt nichts passiert, so. Muss ja da schon mal einen weg haben. Weil ich will da echt nichts riskieren für den Schone. Okay, das reicht gerade so. Ja, also. Schon ein Kanonenboot, okay. Äh, nee. Wieso habe ich noch? Abbrechen kann man da, muss man da. Nehme ich den. Hm. Probier ich es mit den beiden zu überleben, weil sonst haben wir dann ein Schleschenproblem. Ah, dann greifen wir uns. Okay, geht gerade so, geht gerade so. Hey, die machen da jetzt nur zu viel Schaden, die Dreckschweine. Ey, das ist so kurz, dass sie nochmal angreifen dürfen. Fickt euch doch, Alter. Jetzt. Ist das Kanonenboot schon mal weg? Check, ist es dicker. Keine Chance, ich bin jetzt bestäure. So, weg damit. Na, also der Scheiß schon, das ist auch weg. Nochmal 25 dazubekommen und sicher. Perfekto mundo. Oh, okay. Ja. Hmmmm. dann guck ich mal was ich da denn hab scheiße alles zu wenige ne dann riski ich die dann riski ich das hierfür nicht dafür riski ist auf alle fälle nicht mal eine flotte zu verlieren das vergessen die ok wie viel habe ich von die sind schon okay jawohl da fehlt noch ein panda pelz ok mhm mhm ok warte jetzt sind montoren das lassen wir mal pfeil ist das krokodil zwei stück dafür dann dafür ein panda noch bei eins fehlt auch noch ein panda pelz ok warte dann guck mal so gehen wir mal kurz mal hin und machen erstmal hier verkaufen fracht verkaufe ich erstmal hier den kompletten zucker den rumpf verkaufe ich auch komplett jawoll so ist auch nicht alles so kaufen schläger schön drehen was werden glücklich die Wichtigste Material dafür fehlt. Lager für Mörser und schwere Kugeln. So. Mein Lager für Mörser habe ich komplett. Das ist jetzt komplett. So. Wow. Schleure Treppe war es denn cool. Da habe ich Treppe war es denn sehr sehr voll. Mörser fehlen noch zwei. Schleure Dingerwisch voll. Da fehlt noch eine. Dann werde ich mir mal noch holen. Da kann man vollbreit sein. Da fehlen noch ein paar. Rumpaufbau. Da fehlt nur noch eine. Holz. Und fehlt noch viel und viel. Nur noch nicht. So. Da haben wir jetzt ein bisschen was aufgebaut damit. So. Das restliche Geld hebe ich mir jetzt auf. Und. Raus. So. Dass wir jetzt auch noch ein bisschen zum was zu machen kommen. weil sonst. ich habe das oder da wollen wir ins Seeschlechen natürlich wir haben die Checktour fast 100 Prozent und jetzt werde ich mir auch meine ganze Kohle erstmal sparen ein bisschen dann werde ich auch mal wieder auch mal was in der Bucht ausbauen okay warte da gibt es noch zwei und hier gibt es auch noch zwei hier gibt es auch noch zwei von denen okay so perfekt nun wird das hier dann bei 10 ein paar Seeschlachtmöchungen ich werde schon ein paar Seeschlachtmöchungen keine Angst Digger oi 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 wow fregatte mit 117 das ist das ist Und adieu to you, Spanish ladies. Farewell and adieu to you, ladies of Spain, for we've received orders for the sale for Old England, and we may... Ach, komm schon. So, kommt der Epeller. So, wir sind auch gleich. Das nimmt der auch gleich so. Weitere feindliche Segel! Verdammter Neben! Feier! Mehr Ärgerketten! Komm schon, treff die Bastarde! Feier! So, und los geht's. Bleib nah dran, dann kann sie uns nicht rammen! Okay. Müll, dann kann er die Lärm legen! Feuer! 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 Ja! Weiß, um, verteidige Segel! A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Feuer! Wir kommen unter Stützer-Käpt'n! Feier! Wir kommen unter Stützer-Käpt'n! so weit ist man mit dennoch schnell alles klar zum setzen wir haben den Käpten gehört los ok hier der Knapp schönfängig dass er feuert so da ist noch ein bisschen ja ja die sind 17 Metall die will ich haben deswegen gebe ich bisschen Gas mal gucken muss ich den da drüben hin ja komm fahr rein du Penner wir wollen wir wollen feindliche Verstärkung Captain feindliches Feuer komm schon feier sie feiern sie feiern sie sind bereit sie sind bereit die sind wir schon mal sicher so die sind beschädigt feuer sie 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 feier wir machen sie auf dein Zeichen Captain feindliche Verstärkung aber schwer beschädigt ja für die feindliches Feuer ihre Freunde kommen Käpt'n Feuer Herr Käpt'n oben getroffen Feuer Käpt'n die sind zu stark wenn ich fertig bin siehts aus wie auf dem Schlachtfest zieht sie ran mit aller Kraft so perfekt da wollen wir uns doch schon mal legen oh ja ey ich hasse sie das anfängt so zu schwanken ey das ist doch echt das Nummer mehr jawoll so 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 jetzt geht's rum jetzt geht's rum hier ja ja vergiss das so 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 Alter was wirst du kommen jetzt reicht's steckt doch mal eigentlich alter wenn du schock einmal alter was noch einmal zu spielst du mal alter ja öh verschwinden da 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 jetzt stirbt schon komm also stirbt schon also stirbt eigentlich nicht mun so 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 bis hin einer noch so 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 das war's endlich so endlich meine die das war gerade was so quanto so ja da Oh, das ist ein bisschen Metallkühl. So, jetzt geht's richtig von hier in den Deppen. Ich bin verrückt, dass ich hier jetzt, dass ich hier wirklich war. Oh, das ist ein bisschen leer in hier. Feuer! 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 Auf dein Zeichen, Käpt'n! Da ist die Schwachstelle! Gegner feuert! Feuer! Feuer! Wir müssen diesen Bereich neu aufbauen! So. 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 So geht doch. Schön, dass ich grad so still bin, aber... Ach komm, steilig. Alter Abstand und benutze den Börser! Feuer! Komm schon! Hahahaha! Sind Bereits, Sir! Feuer! Komm schon! Gegner feuert! Ja, aber nimm mal lang. Das kannst du bitten. Das kannst steuer kämpfen du reißt uns in Stücke! Feuer! Wir schaffen nicht mehr lang. Wir verkraten kein Treffer mehr! Oh! ja ja bin ich gerade dabei bin ich doch gerade dabei bin ich doch gerade bei diga bin ich doch ich habe die e ohne sitze die miesen dreckssäcke schon anfangen zu feiern die arschlöcher nee echt ich hab gedacht ich schaff das noch dass ich da rechtzeitig an die scheiß schiffe hinkommen und dann ja feiern die idioten gerade in dem sinne hin auch noch die penner hey komm ich finde es jetzt einfach nur so dermaßen kack ärgerlich einfach steuern genau auf die klippen zu die traur und brabsegel da mit schmackers jungs ist keinem er hat auch noch mal und er hat hier da war ja die schweißen da war ja ich war ein das ist so die gar nicht mal ein bisschen zu 60 wir sind alle Tote Männer, so, dann wollen wir jetzt entern so, gehen wir mal die Panne erstmal entern hier ja, wir machen noch ein paar Seelschlachten mit ja, weil das ist erstmal ein paar letzte Dinge, was wir machen und dann, danach werden wir auch anfangen mit denen was, das getrunken, aber schön, das hier oh man, jawoll komm rüber mit dir jawoll Edward, das ist gut gemacht so, jetzt griff ich euch an, hier komm ja, jetzt greif doch, alter an, alter, was machst du für eine Scheiße ey ich find das manchmal echt blöd, wenn der manchmal hier echt nicht rauf wenn der hier manchmal echt nicht einfach reagieren tut, ey mit sowas ich zieh die beiden weg, ich lass die mit deinem Aller ich zieh die beiden weg, ich lass die mit deinem Aller jetzt verschwindet doch mal hin sich, hier, alter geh mich nicht auf den Piss grade deinem Scheißdruck, was hier ist hey hmm, jawoll trotzdem erstmal ne, brauch ich schnell in der Flotte aufnehmen, ich mach ich auch reparier erstmal mein Schiff hier jetzt brauchen wir sich schon wieder angucken so, jetzt aber jetzt aber jetzt machen wir uns aber wirklich mal auf dem Weg dort zurück hier so jetzt aber ja egal, lass mir mal die Freck halten ja, mit den Pank lass geht's nein ja ja da istved hin ja euh tut ey warte mal ja du halt die ich sage jetzt nicht dass ich da jetzt ein entdeckten Teilen Glückwunsch die Position in diese weiße Wahl hey ja den deck mich doch am Arsch jetzt muss ich extra ganz weit außen rum fahren oder was ey come on alter wisst ihr wie bignet das jetzt grad ist dass ich da ganz außen rum fahren muss so da weiß ich nicht dass ich da jetzt ein das war die Hunde Münster nach auch noch gleich das ist ein Schnellen kurz hier im Reichstag von hier in diesen Gewässern Käpt'n auch wirklich das ist so schattet in Schütteln Tischer so aber dann hier wo man hier ist man runter genau ey ja krumm ey einmal da außen rum oder was ey das ist doch behindert gerade ey wirklich Leute wisst ihr das ist jetzt grad scheiße einmal hier außen rum zu fahren ey was soll denn der Quack egal hauptsache wir haben den Teil auch nicht weg so interessiert mich jetzt grad herzlich wenig dann schnell einmal hier an Ding schwimmen auf j刚 schwarz 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 hier ist der Schatz mit schon macht den Schatz auf jeden Fall Jagdbeute, das heißt als erstes mal schnell hier hinten hingehen an den Scheiß warte mal, bin ich hier umschuldig? warte mal, kann ich hier umschuldig? ja, ich kann hier hoch, gut, super dann kann ich mir jetzt zur Zeit bestehen ja, komm komm, hier vielleicht rum mir funktioniert nichts warte, ich renne mal außenrum ja, doch, besser wäre es außenrum gerannt, weil so ist es echt schwachsinnig gerade gewesen, was ich gerade gemacht habe weil ich will erstmal den Aussichtspunkt erstmal höh komm schon, Digga, geh hoch okay, da rüber und jetzt ganz hoch mit dir komm schon, Edward du bist ja gleich oben mit Menschen-Skins hier, so so, erstmal schnell hier runter dann da entlang irgendwo hier muss doch der Aussichtspunkt gerade kommen na, ist der hier oben, oder was? dann hoch mit dir, komm auf geht's hoch mit dir, Edward ja, supi, ey hä, wo ist der drückige Aussichtspunkt denn hier? verarscht mich doch gerade, kann das sein? Digga, ihr verarscht mich doch wo ist der drückige Aussichtspunkt gerade hier? ja, komm schon, Edward ach so, du kannst ihn nicht lang, okay ja, okay, ich hab's gerade eben gemerkt weil da war ein Filz gerade gut, dann bin ich jetzt hier in den Part wir sehen uns im nächsten Part wieder also, bitte